Janet. Ich hab hier was für Sie. Was denn? Das Gericht hat zwar Donnys Unterlagen über vorne kassiert, aber nicht das Material, das sie schon über sie hatte. Da sind interessante Sachen drin. Sie sind doch noch hinter ihm hier, nicht? Ach, ich hab einen großen Schreck gekriegt, als ich von der Sache im Gerichtssaal hörte. Ich war Donnys Freundin und ich versteh nicht, was das alles soll. Aber ich verstehe Sie. Auf Wiedersehen.